So yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und gleich im Anschluss folgt auch schon das Halbfinale Team Barca gegen Team Buddies und wenn ihr denkt, dass das Spiel gegen Team KS Freak, die Stellungsrunde, nicht knapper und spannender geht, dann täuscht ihr euch einfach. Wir haben damals mit 80 Punkten geführt und verlieren dann fast noch das Spiel und gewinnen dann halt am Ende mit 209 zu 203 und wenn ihr denkt, es kann nicht spannender oder knapper werden, dann täuscht ihr euch einfach. Die, die gestern nicht zugeschaut haben, ihr habt echt was verpasst, es war so eine heftige Runde. Wir lagen mit knapp 100 Punkten am Ende hinten und haben uns nochmal zusammengerauft, zusammengerissen und nochmal alles versucht und was dann am Ende passiert, es ist einfach abnormal, Jungs. Wir lagen mit knapp 100 Punkten hinten und drehen das Ganze noch auf ein 208 zu 207. Wir haben mit einem fucking einen Punkt geworden, einfach mega heftig. Gönnt euch auf jeden Fall den Zusammenschnitt, würde mich auf jeden Fall richtig freuen und wenn ihr mehr von solchen Community-Projekten haben wollt, dann lasst auf jeden Fall bei jedem einen Daumen nach oben da, dann sehen wir einfach, okay, der Support ist auf jeden Fall da, ihr habt Bock drauf und dann würde ich nur noch sagen, viel Spaß mit dem Zusammenschnitt. Ich, ich sehe niemanden, ich sehe niemanden. Ich gebe aber bloß Stairs. Ihr anderes Stairs? Erst, 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 erst. Ich wollte, komm, ich auch, hab ich auch. Ich, ich rotiere, ich rotiere, ich rotiere, ich rotiere. Ich wollte die nächste. Kommt, Leute, Gas geben, Mann. Jungs, Callouts, komm, 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 komm. Ja. Ich bin nächste, ich bin nächste. Jo, ich habe Anka auch nächste. Nice. Hab Streaks jetzt, hab Streaks. Okay, jetzt schön halten. Leute, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe bei Anka. Sauber. Pack immer diese fucking EPs. Von, 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 von ganz hinten. Da unten liegt er am Boden. Kommt, schön, Leute, wir machen gut Punkte. Wir machen gut Punkte, alles ruhig. Kommt, macht die Katz, macht die Katz. Schön, Flo, super. Ich muss, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, Flo. Noch einer, kommt rein. Nice, nice, nice. Geht, geht, nächste, geht, nächste. Nächste, nächste, nächste. Kommt, kommt nächste. Ganz wichtig, nächste. Ich brauche jetzt Hilfe. Ja, ich habe auch noch Streaks, Flo. Flo, mach Blue, mach Blue. Wir brauchen Blue. Einer muss in die Stellung, der ist in die Stellung. Ah, der ist in den Shotgun. Stellung, Stellung. Er ist Blue gelaufen, Flo, er ist Blue gelaufen. Hab ihn, hab ihn. Noch einer, noch einer. Hab ich auch. Rechts, Bricks, Bricks, Bricks. Schön, schön, schön. Fuck. Bricks, noch einer, Bricks. Er geht, er geht enkern, lass ihn, der nächste enkern. Rotiert nächste, rotiert nächste, rotiert nächste. Kommt, Leute. Wir brauchen jetzt alle Punkte. Komm, jetzt huge gehen, huge gehen. Hab Streaks. Nein, ich habe noch nicht Streaks. Kommt, nächste, nächste, nächste. Ist ganz wichtig jetzt. Hab Streaks. Okay, jetzt kommt. Das schaffen wir. Ich habe noch Streaks. Nice, 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 nice. Cuttet die. Macht alle Eingänge zu. Ja, ich versuche zu cutten. Komm, Flo, hau deine Streaks aus. Alles, alles, alles. Hau die Streaks aus. Hau die Streaks aus, Digga. Komm, Anton, Streaks. Sauber, halten, halten, kommen. Nice, nice, nice. Komm, 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 komm. Schön, 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 schön. Weiter, weiter, weiter. Die kommen jetzt nochmal. Ich streak nochmal. Ey, Jungs, komm, bitte ohne. Schau. Weiter, fuck, tung, Mitte, 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 links. Lass den. Nice, 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 Leute. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, wie Gott. Sauber. Holy shit, Mann. Scheiße. Nice. Oh mein Gott. Das ist richtig krass. Scheiße, 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 gar. 28. Geil. Nice, Leute. Nice. Das ist nicht geil. Wir haben nicht aufgegeben, Leute! Boah! Oh mein Gott! Schön! Er gibt mir Turn-On. Zwei sind U, zwei sind U. Komm, einer noch, einer noch, einer noch! Einer U! Komm Flo, Flo, Flo! Nice! Nice! Ich hab sie leider einsmoken. Ich geh ins Glashaus hinten. Okay, nice. Planted, planted, schön Flo. Ich hab schon geplantelt. Einer war im Zug, einer war schon vorne. Einen gesehen. Er ist, er ist bei diesem, er ist in Red oder in Blue. Bei mir, bei mir, bei mir! Oh mein Gott, Alter! Wo? Bombe ist, glaub ich, könnte down sein. Da ist die Bombe, rechts, rechts, rechts! Da war er! Boah, ich hab ihn noch gesehen. Er plantet, glaub ich nicht. Da, er plantet, er plantet, er plantet! Nice! Schön! Oh, nice, Jungs, sauber! Ich hab vielleicht Streaks. Guck da kurz nach. Ich meine, da war einer links in der Ecke. So, lol. Nice. Du musst schnell planten, du musst schnell planten. Die ist schon wieder raus aus, Tails. Bei mir, bei mir! Bei mir, bei mir! Hab ich! Jetzt links unten, direkt bei dir, Black, war einer. Links, direkt links, da. Hab ich. Ey, Jungs! Bei mir, bei mir! Schärf, schärf doch einer! Das ist richtig Scheiße! Digga! Klo, es ist dein fucking Ernst! Du wirst sein! Warum, Alter? Kleiner Spasti, ey! Alles cool! Nice, Jungs! Schön! Schön gemacht! Pitchen ist einer drinne, low! Hab ich! Alle drei, alle drei wieg, alle drei wieg! Hab ich! Holt ihn, holt ihn! Ich hab Streaks! Sauber, Blacktap! Sauber! Schön! Hol die Flagge, hol die Flagge, hol die Flagge! Einer ist Overwatch! Hab ich, hab ich! Einer ist Overwatch! Ich hab alles nicht! Gnade los! Noch in der Poolside, noch in der Poolside! Nice Flo, nice, nice, nice! Ja, komm! Ich hau hier! Wer ist noch hier in der Flagge? Wer ist noch hier in der Flagge? Ich glaub ich ich! Wer ist hier noch? Helf mir! Hab den, du sag, hab den! Der ist weak, der ist weak, der ist weak! Komm, hol die! Nice, nice, nice! Alle down, alle down! Ich hab, ich hab, ich hab! Okay, die Flagge ist neben! Rein, 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 rein! Jetzt kommt, weiter geht's! Direkt die nächste neben, ich komm mal bei Poolside! Unsere Flagge, unsere Flagge! Lauf hin! Hab ich! Schön! Boah! Nice! Sauber, Alter! Oh mein Gott! Hab ich, hab ich, hab ich! Nice, Alter! Ich streake, ich streake! Okay, ich hab... Sauber! Nice, nice! Okay, okay! Jetzt ruhiger, ich bin ruhiger! Flanking, ich flanking! Chill, chill, chill! Dein Leben gefickt, Alter! Er geht zurück! Schön! Nice, 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 nice! Schön, Jungs! Super! Geil, geil, geil! Wie viele sind das denn noch? Drei! Ja, ne... Noch einer war in der Mitte, noch eine, ja... Da war, sauer, sauer! Einer noch, einer noch! Digga, 101! Lass die Zeit, Digga, den fixen wir jetzt! Den fixst du, Flo! Ja, warte! Seid mal leise, ich... Ich soundtuere ihn! Rechts? Ich hab so Steps gehört! Komm, Digga, mach was! Geh auf den Kill, oder... Da liegt er! Geh auf! Nein! Alter! Flo, Alter! Er hält das auf! Reinwerfen! Kommt, Contested! Wir müssen, wir müssen Kills machen! Hab ich! Einer ist wieder weak! Kommt, Leute, macht nächste, geht's klar! Wir sind da, wir sind da, wir sind da! Ich mach die Cuts, ich mach die Cuts! Hab ich beide? Sauber, Flo! Schön, schön, schön! Nein, fuck! Einer, eins vor Tarnlili gestorben! Zwei, zwei Top Green, zwei Top Green! Einer, noch einer! Hab ich! Schön, schön, schön! Komm! Geht in die Stellung, geht in die Stellung! Nächste direkt, direkt! Komm, komm! Dead Aim! Hab ich, hab ich! Nein! Die kommen, die kommen beim langen Weg! Die kommen alle über Döner! Nee, das Haus jetzt, das Haus! Hinter euch, hinter euch auch noch! Döner, drei, Döner, drei! Drei Döner? Ja, drei Döner! Nice! Okay, pack, Alter! Hu! Okay, super! Ey, Jesse, eine super starke Runde von dir! Richtig nice, Mann! Oh, schön! Also, erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch! Ihr seid im Finale! Jo! Aufverdient, echt! Wirklich, sehr, sehr, sehr gut! Und wenn ihr auch sagt, ey Team Bastards, auf jeden Fall verdient im Finale zu stehen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen! Ich hoffe, wir schaffen die 5.000 Likes! Das vierte Final-Video hat über 6.000! Einfach mega krank! Danke für euren ganzen Support! Und checkt auf jeden Fall auch Steel ab, Jesse ab und natürlich auch Anton ab! Die Gegner sind natürlich auch in der Beschreibung verlinkt! Checkt alle Videos ab, würde mich auch natürlich sehr freuen! Und dann wollte ich auf jeden Fall noch eine kleine Sache sagen! Und zwar, Props auch an Jamast und an Krieger! Die haben das einfach perfekt gecastet und kommentiert! Es hat immer wieder sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen und selber zu spielen! Haben sie perfekt gemacht! Props an euch! Und ich würde mich natürlich auch freuen, falls wir weiterhin solche Projekte starten, dass die beiden das einfach kommentieren und casten wäre auf jeden Fall mega nice! Und dann würde ich noch sagen, checkt alle Videos ab! Sind natürlich auch alle in der Beschreibung verlinkt! Danke fürs Zusehen! Wir sehen uns im Finale! Unterstützt uns auf jeden Fall! Lasst einen Daumen nach oben da! Und dann würde ich noch sagen, haut rein! Bis zum Finale und ciao!